Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. 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 Den zweiten Preis, Christian Kampschick, Hutmacher. Alles selbst gebaut. Ach so. Und das ist die rote Königin, Christina Brennheisen. Auf die Preisträger jetzt zunächst mal, der 3-4-Donner des Rudolfs-Denten, Preisträger. Mannenball. Wie du auf eine Stücke hören willst. Bleib mal hier, bleib mal sein. Wir kommen zu den Kleingruppen. Den dritten Preis, Sarah Gebers mit Unterwasserwelt. Wo ist die Sarah? Hallo, Sarah. Da müssen ja mehrere sein, ne? Vier. Also, vier Mädels. Sarah Gebers. Ich ruf schon mal auf den zweiten Preis. Paulin und Patemina. Hört euch was? Sie wissen, Tromchen. Tromchen! Ei, ei, ei. Legt mich die Söp. Ach gut, Ach gut, Ach gut. Ihr habt voll meinen Geschmack getroffen. Ja, super! Das ist Sarah. Unverkennbar. Die anderen gehören auch dazu. Aber die Namen stehen leider nicht hier. Wie heißt ihr denn? Karina und... Wunderbar. So, jetzt suchen wir noch den ersten Preis. Sonja Nielsen, Red Queen. Ja, die sind schon voll getroffen. Karina, Francesca und Pauline. Also, ich kann nur noch mal wiederholen. Mitmachen! Also, ich kann nur noch mal wiederholen. W primaverholen! Danke schön! Danke schön! Wie viele sind das denn? 30, 40? Danke schön! Danke noch mehr. Danke schön! Vielen Dank. Du kannst endlich mal Ränder auskampeln. Ja! Gehen aber los! Ich glaube, ich wollte mich fragen, selbst Sebastian? Alles selbst! Super! Aber jetzt ist das nicht schön! Super nicht schön! Toll! Das war ja wie ein Bus da, oder was? Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott! Ja, ihr möchtet euch auch mal den Sonnertreiz abholen. Schön, dass ihr euch so vollkostigiert habt. Witter, die Falle! Abgeliefert! Alles klar! Christina hat richtig gut geschmackert, ganz toll! Die Kostüme auch so getragen, war das Baby noch nicht da! Hier ist die junge Mutter! Herzlichen Glückwunsch am Treffer! Und dann ist der Mann dazu! Super! Ja, ihr Lieben! Ich stelle euch nur nochmals alle die Glückwünschen! Und ich freue mich, dass ihr euch so viel gemacht habt, so unser Mannball! Selbst die Kostüme zu schneidern, zu basteln, zu brechen, zu schmiedeln und schon wieder abzulecken! Zu brechen und zu zwörteln! Ja klar! Auf die Kreisträgerinnen und die vier Jungs, die da bitten! Und dann haben wir auch noch mal! 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 Sechs Nummer! Und unterdaten, was ich auch die guten Mädels! Herzlichen Glückwunsch! Auch unsere Preisträgerinnen und Preisträger! Und dann haben wir auch noch mal! Geht dann! Geht dann! Mannenball! Geht dann! Geht dann! Geht dann! Geht dann! Geht dann! Das war's. 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 Das war's.